Guten Morgen und willkommen Trader in der neuen Handelswoche mit einem Blick in DAX in Gold und bei den Währungen in britisches Fund, japanisches Yen. Das heute zum Wochenstart auf der Uhr. Der ein oder andere wird es auch schon gelesen haben im Blog-Eintrag, den ich am Sonntag eingestellt habe, im Research zum Sonntag. Ein paar Gedanken dazu heute, dann jetzt, wo die Charts live ticken, natürlich der Blick in die tickenden Kurse und damit rein ins Webinar und natürlich danke auch für die Guten-Morgen-Größe hier in den Chats auf Facebook und auch auf Roto-Webinar und wie immer verbunden mit der Einladung, wer mag sehr, sehr gerne den ein oder anderen Wunschmarkt gleich in die Chats hinein und da kann ich auch hier im Webinar mit drauf gehen. Bevor wir in das Webinar starten, der Risiko hinweist, wie immer bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen und damit gehen wir in die ganz normale morgendliche Vorbereitung und ein Blick auf die Indizes gerade aus Übersee, der verrät uns, da drüben ist einiges unter Druck. Der Nikkei ist leicht im Minus, naja 0,17 momentan, aber Hang Seng mit über 1%, das ist schon etwas mehr, das heißt von der Seite her, es geht nicht einfach so flott nach oben, von der Seite her schauen wir mal, was die Märkte hier bei uns in Europa und später dann auch in Amerika aus dem heutigen Handelstag so machen. Gucken wir auf die Nachrichten für den heutigen Handelstag, wir haben ja am Freitag in der Wochenvorausplanung gesehen, dass es diese Woche nicht so viele, also in der Menge sehr, sehr wichtige Nachrichten gibt und das sehen wir hier auch heute. Es gibt aus Großbritannien um 9.30 Uhr Thema zu den Hauptpreisen, Hauspreisen, um 16.20 Uhr gibt es dann in den USA ein FOMC-Mitglieder spricht und Paul spricht heute um 19 Uhr deutscher Zeit. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Termin, den wir hier auf alle Fälle mit auf der Uhr haben sollten, weil wir wissen ja, das kann immer wieder Bewegung in die Märkte reinbringen und wir haben ja auch am Freitag gesehen an den Non-Farm-Payrolls, das hat ja in dem Moment die Märkte auch wieder nach oben getrieben in den USA, nur die Frage, die sich hier halt stellt ist, was der Hintergrund deswegen gewesen ist, wenn man sich die Zahlen auch anschaut, das war ja ein Rückgang in dieser Stelle und naja, man munkelt so ein bisschen das Thema, um das Thema der Rezession herum in diesem Bereich, heißt also, ja, kommt sie, kommt sie nicht, ist der Jobmarktverlust groß genug für eine Rezession oder doch noch nicht und dann geht es natürlich gleich wieder in dem nächsten Punkt um die Spekulation der Zinssenkung, weil wir wissen ja alle, billiges Geld ist gut für die Aktienmärkte, da spekuliert der Markt so ein bisschen drauf, also das Ganze hat wieder Feuer reingebracht, die haben die Marktreaktion auch gesehen, schöne steigende Kurse nach dem starken Schub nach unten, wir müssen einfach nur schauen, wie nachhaltig das Ganze ist und wir haben ja in dieser Woche auch noch einen Termin am Mittwoch in die Richtung, wo wir etwas mehr an Informationen zum Thema Zinsen in den USA auch bekommen werden, das also hier zum kleinen Check der Nachrichten und damit gehen wir rüber in die Charts, ich klicke hier auf wie immer den Metatrader 4 in der Version mit dem Stereo Trader oben auf, das Ganze hier gut und gerne zum Traden auch benutzbar, um ja sage ich mal die Handhabung mit dem klassischen Metatrader etwas zu verbessern, der Kilger hat ja hier das ein oder andere Mal schon Informationen dazu auch gegeben und wir blicken hier in die Charts hinein, ich mache nur mal die grauen Linien raus, das sind diese runden Marken, also wer beispielsweise Indizes ganz gerne mal tradet und auch schaut, wo runde Marken liegen, das ist im Währungsbereich häufig nicht ganz so sinnvoll, das Ganze zu machen, weil das einfach Punkte sind, die nicht ganz so starke Relevanzen haben wie bei den Indizes, der kann hier einfach die runden Marken ein- und ausblenden, so und wir brauchen die jetzt hier nicht, deswegen habe ich sie einfach einmal rausgenommen. Wir schauen auf das Währungspaar, britischer Fund, Kandollar an dieser Stelle und wir sehen es hier, es ist noch der falsche Chart, wir müssen in britischen Fund, japanischen Yen, das ist der Wert, das habe ich heute Morgen auch in der Chartanalyse mitgeschrieben, beziehungsweise gestern veröffentlicht. Hier, britisches Fund, japanisches Yen, wir hatten es besprochen, hier der schöne Move nach oben war wirklich richtig schön zu traden und wir hatten hier oben dann auch diese Umkehrsituation auch schon besprochen, wo wir gemerkt haben, hier oben geht es nicht so richtig weiter, das ist ein Widerstand, der hat eine gewisse Marktbeachtung auch erfahren, hier oben, wir sehen es, diese Marke hier, die hat hier drüben, ja, erst mal gehalten, dann war es zu stark, jetzt sind wir wieder reingelaufen, es passiert halt häufig und das, was wir jetzt hier sehen, ist ein schönes Kursmuster, wir sind mittlerweile in einer, ja, sage ich mal, korrektiven Phase, die gute 50% der letzten Bewegung auch mit rausgenommen haben, hier, ich nehme das Ganze gerne mit den klassischen Fibonacci Levels, wie schon gesagt, hoppala, das war das falsche, etwas angepasst bei mir in der Bearbeitung, heißt also, ich habe mir wichtige Marke einfach reingeschrieben, hier oben rein, also das sehen wir mal hier, bis oben ran ist immer gelaufen und die 50%, da sind wir jetzt im Tiefgrad unten ran gelaufen, das heißt, an dieser Stelle, ja, haben wir jetzt eine gute Korrektur und das Schöne an dieser Korrektur, die verläuft in einem relativ flachen Trendkanal, das habe ich versucht hier so ein bisschen zu skizzieren, das heißt, je enger und schöner und sauberer so ein Kanal ist, je häufiger ist es auch so, je leichter lässt sich so ein Ausbruch auch erkennen und was wir hier an dieser Stelle in diesem Chart auch sehen, ist halt wirklich die Tatsache, der Markt läuft schön runter und das nächste Support Level haben wir hier unten am Markt, wo der Trend hier unten entstanden ist, also bis dahin, natürlich die Korrektur kann auch noch viel, viel tiefer laufen, nur es ist halt die Frage, was dann noch passiert, wie gut und stark dieser Trend hier ist, das wird sich dann entsprechend auch zeigen, nur im kurzfristigen Trading kommt es jetzt halt darauf an, was passiert und da ist das Schöne, wir sind schon relativ weit und nah an diese Unterstützung herangelaufen hier, das ist die Marker von 130, 662, wo dieses Hoch hier drüben gewesen ist, da ist dieser Aufwärtstrend entstanden und der ist ja mit seinem Hoch, wir sehen es hier oben auch, hier leicht über dieses Korrektur hoch gestiegen, also Marker sind schon da, dass es durchaus weiter nach oben gehen könnte, wenn es rumdreht und das ist jetzt das Charmante aus dieser Korrektur heraus, haben wir ja hier an dieser Stelle halt wirklich den Punkt, wir sind jetzt gut reingelaufen in die Korrektur und wir haben da natürlich, wenn wir die Umkehr in der Korrektur bekommen, die Chance erstmal wieder wenigstens bis hoch zu laufen, bis zum alten Hoch hier oben, wo das Top drauf gewesen ist, bei 135, 744 der Top-Marker, das ist interessant und das Schöne, was wir hier haben ist und deswegen klicke ich jetzt mal in die Stunde rein, wir sehen natürlich diesen Verlauf der Korrektur in der Stunde schön hier im Trend mit nach unten zwingen und das ist das Interessante, das heißt, wenn wir jetzt hier nach oben laufen, haben wir auf der Oberseite halt auch ein paar schöne Anlaufpunkte, die wir gut und gerne zur Planung mit nutzen können, wo denn wer nach uns Bewegung in den Markt reinbringen könnte und das finde ich eine sehr, sehr interessante Geschichte. Also es bleibt spannend, wie tief es weiter geht, aber wenn es nach oben geht, haben wir schöne potenzielle Anlaufpunkte auf der Oberseite und das in meinen Augen immer eine gute Sache zum Traden, wenn man weiß, wer uns folgen wird im Trading. Schauen wir in den Rohstoffbereich, hier wieder mal die Edelmetalle auf der Uhr. Gold ist ja in letzter Zeit wieder mal in aller Munde gewesen, zuerst durch den starken Anstieg, jetzt durch die doch ordentlich laufende Korrektur. Hier einmal der Blick in die Woche. Sie wissen, wenn ich in die Woche blicke, dann habe ich meistens das große Bild im Auge, weil dort Potenzial auch gut und gerne warten kann und hier haben wir ja auch gesehen, dass dieses große Grundpotenzial halt auch aus dem großen Bild ersichtlich ist. Das heißt, dieser schöne starke Move, der auch kam, der war halt zu erwarten oder die Wahrscheinlichkeit dafür war halt da, weil der Markt halt so ein großes Level hier rausgenommen hat und das sieht man nun mal nicht, wenn man nur in den Tageschart schaut und nicht genügend Kurshistorie hat an dieser Stelle. Hier allerdings im Wochenchart, da sieht man das Ganze sehr, sehr schön. Erst einmal dieses ganz große Bild. Hier auch hier diese starke Abwärtsdynamik, dann hier also leicht auch eine Schulterkopf- Schulterformation im ganz, ganz großen Stil hier auf dem Monatschart. Nur darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Worauf ich eingehen möchte, ist die Tatsache Nummer 1. Dieser Bereich hier oben, also wo wir das hoch gehabt haben bei 1557 Zählern, da sind wir hier schon leicht über diesen Swing-Bereich drüber gelaufen. Hier schaut es mal hier unten, das ist dieser Bereich hier aus den Jahren 2010 bis 2012, der hier oben für Support gegolten hat oder geholfen hat. Da sind wir jetzt rein und leicht auch drüber gelaufen und was wir jetzt in der Woche sehen, ich zoome noch mal kurz etwas weiter ran, damit wir es besser sehen können, ist, dieser letzte Trendverlauf, der sich hier gebildet hat, der korrigiert momentan in Form einer bullischen Flagge. Bullische Flaggen, wissen wir selber, der Name sagt es auch schon, haben den Charakter einer Trendfortsetzungsformation, die in der Regel dann auch über die Oberseite gebrochen wird. Und wenn wir tatsächlich darauf kommen, dass die Oberseite hier rausgenommen wird, dann haben wir schon die Chance, erst einmal bei Fortsetzung hier über die 1557 Dollar draufzulaufen und dann jetzt mal wieder ein Stückchen, ja sage ich mal höher auf den Berg zu klettern. Das heißt, ich zoome mal etwas zurück. Da haben wir tatsächlich das nächste Potenzial auf der Oberseite und das hier an dieser Stelle. Also wenn wir dieses Level, was wir jetzt haben, rauswuppen, dann haben wir hier oben um die Marke von, naja, sage ich mal 1620 Zählern den nächsten Punkt liegen, den wir durchaus anlaufen können. Und das ist doch eine gute Geschichte für uns aktive Trader. Das kann man dann gut traden. Und hier das Ganze, das ist mein Stil, wie ich die Märkte lese und dann auch traden. Das Ganze, was wir hier jetzt sehen, dieser Ausbruch aus der Flagge, das ist das Schöne, was wir dann durch den Tages-Shutout traden können. Weil wenn wir uns die Flagge jetzt mal im Tages-Shut anschauen, was sehen wir da? Hier, schaut es euch an. Wir haben einen schönen nach unten trendenden Markt. Und wenn jetzt tatsächlich der Ausbruch hier oben rauskommt, hier erst einmal über das Hoch der letzten Woche drüber zu laufen und dann wäre der nächste Anlaufpunkt hier schon dieses Hoch an diesem Trend. Das sind die 1536 Dollar. Das ist der erste Anlaufpunkt und danach schiebt es den Markt hoch. Und da sehen wir in der kleineren Zeit halt schön, wie es weiter geht. Hier bitte an dieser Stelle noch nicht die Stunde als Richtungsgeber nutzen, weil der Tag hier ist noch abwärts gerichtet und wir sehen im Stundentrend logischerweise auch einen abwärts gerichteten Markt. Und wer jetzt hier im kurzfristigen Bereich traden möchte und die Stunde noch abwärts gerichtet ist, dann haben wir halt schon die Gefahr, dass der Markt einfach weiter erst mal noch nach unten tradet, weil die Gesamtsituation aus der Korrektur noch längst nicht vorbei ist. Das heißt, im kurzfristigen Trading sollte man sich schon noch eher auf die Unterseite setzen, solange wie der Trend noch nach unten läuft, um immer den Trend auch im Hintergrund zu haben. Weil wir wissen ja, mit den Trends verdient sich das Geld deutlich einfacher, als wenn man immer gegen die Trends arbeitet. Das heißt, an dieser Stelle ist hier definitiv noch kein Richtungswechsel da. Und derjenige, der Gold handeln möchte im ganz kurzfristigen Bereich und die Stunde noch abwärts gerichtet ist, da haben wir halt momentan zumindest hier noch kein Anzeichen für die Umkehr. Das heißt, die Korrektur ist weiter am Laufen und da ist es ja auch logisch, dass der Trend der Stunde hier auch weiterhin abwärts gerichtet ist. Auch wenn jetzt hier der Markt nach oben getrendet ist, wir sehen es, hier haben wir schon wieder den Trend nach unten. Wir sind unterstief hier drunter gelaufen. Das heißt, hier an dieser Stelle auch wieder auf die Korrelation zum Aktienmarkt bitte achten. Wenn dieses Spiel weitergeht und die Aktienmärkte weiter steigen, dann haben wir eine gute Wahrscheinlichkeit, dass momentan der Goldpreis, auch der Silberpreis noch weiter etwas nach unten laufen. Und dann wäre das genau dieses Szenario, was man dann als kurzfristiger Trader nutzen könnte, um hier den Weg nach unten zu traden. Anlaufpunkte haben wir ja im Stundentrend auch. Also wenn wir hier erst einmal drunter gelaufen sind, dann haben wir hier unten um die Marke von, was haben wir da, 1400 und ein paar 1,70 hier unten als Anlaufpunkt. Und dann haben wir hier schon das Low bei 1459 Zählern, wo der untere Punkt am Markt ersichtlich ist. Das ist also mal das kleinste Bild hier in der Stunde. Wie schon gesagt, die große Betrachtung, die kommt hier aus der Woche. Und damit gehen wir rüber hier in den DAX, der Deutsche Light Index mal wieder im Fokus. Und wir sehen es hier an dieser Stelle, der Abwärtstrend ist intakt. Wir haben letzte Woche doch einen sehr, sehr deutlichen Schub hier nach unten bekommen. Jetzt haben wir etwas Korrektur. Ich sage wohlgemerkt, wir haben momentan Korrektur. Die Stunde hier im kleinen Bereich, die Stunde ist aufwärtsgerichtet, die trendet nach oben. Und wenn sich dieser Trend fortsetzt, wir sehen es, wir haben halt auch noch einiges am Potenzial zur Oberseite. Das heißt, ich zoome es mal näher zusammen. Das Ding ist halt das, dass dieser Trend, der hier im Tag nach unten gelaufen ist, der ist halt mit seinem letzten Korrektur hoch ziemlich nah an dieses letzte Hoch hier gelaufen und ist dann mit einem tieferen Hoch nach unten abgedreht und hat den Abwärtstrend auf Tagesbasis gebildet. Und wenn wir uns das ganze Bild jetzt mal anschauen, dann haben wir schon gewisse Chancen, noch nach oben zu laufen, eine Ausdehnung der Korrektur zu bekommen. Und das erste Anlauflevel hier an dieser Stelle ist einmal dieser Ausbruchsbereich, also diese Stelle, diese markante Stelle, an der sich dieser Abwärtstrend, an der sich dieser Abwärtstrend gebildet hat. Und das ist die Marke hier, wenn man es auf den Punkt bringen will, ungefähr die 12.137 Punkte Marke. Das ist also hier in dem Moment jetzt ein Widerstand, keine Unterstützung mehr. Da muss ich das Bild mal kurz anders einfärben, dass wir hier die Widerstandsmarke auch drin haben. Also das ist das Feld, was nach oben jetzt das erste Mal da ist. Und das zweite wäre dann hier, ich habe es auch eingezeichnet, dieser Bereich um die 12.260. Da sind wir ja auch einige Stunden hier etwas seitwärts gelaufen, bevor der Markt dann den massiven Rutsch nach unten auch weitergemacht haben. Das wäre dann der nächste Punkt zur Oberseite, wenn es tatsächlich zur Ausdehnung kommt. Und das ist dann der Fall. Deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal in der Stunde an, wenn sich das, was hier nach oben trendet, entsprechend auch fortsetzt. Das heißt, wir haben ja hier unten den Schub nach oben bekommen. Dann haben wir nach der Korrektur ein höheres Tief bekommen. Und jetzt sind wir hier in der Stunde halt aufwärts gerichtet. Und mit Blick ins große Bild ist das halt genau die Tatsache, dass der Markt hier die korrektive Phase entsprechend auch macht und das Ganze weiterzieht. Wichtig wäre es jetzt halt, dass wir weiter nach oben laufen. Im kurzfristigen Bereich, wenn wir hier steigende Kurse sehen wollten, müssten wir halt hier oben über diese kleine Marke drunter laufen, weil wir sehen es ja, dass sich diese Korrektur dieser letzten Bewegung hier in der Stunde, auch das mal noch etwas näher ran gesungen, wir sehen ja hier schon Trends nach oben laufen. Das ist hier der erste Trend gewesen, untergeordnet in der Bewegung. Danach haben wir den Markt hier nach unten schwingen sehen. Und jetzt haben wir den Trend wieder nach oben laufen. Hier in dieser Stelle, der ist jetzt durch den Abwärtstrend abgelöst wird. Und solange wie dieser kleine Abwärtstrend noch am Arbeiten ist, sind wir halt noch auf dem Weg nach unten. Laufen wir aber über dieses Hoch hier drüber, die knapp 12.041 Punkte Marke, dann haben wir die Chance, wieder nach oben zu laufen. Und das ist halt das, was wir in den kleinen Zeiteinheiten sehen. Hier an dieser Stelle, kurz in Augenblick, ich zooms mal rein. Also hier, das war der Bewegungstrend nach oben in diesem Arm. Der hatte hier unten sein letztes Korrektur-Tief. Dieser wurde jetzt gebrochen. Und jetzt müssen wir halt nach oben laufen. Hier sehen wir den Markt schon leicht nach oben steigen. Aber wir müssen halt erst hier drüber, dass tatsächlich die Korrektur entsprechend beendet wurde. Zumindest dann, wenn wir mit den Trends im Rücken traden wollen. Andere Handelsstrategien, die sehen das natürlich auch etwas anders, wo man, sag ich mal, den groben Trend als Richtungsschnur nimmt. Aber man beispielsweise sagt, okay, wir schauen mal auf den Eröffnungskurs, prallen wir davon ab, gehen wir eher long. Also prallen wir davon nach oben ab, gehen wir long, fällt der Markt unten drunter. Dann gehen wir eher short. Da gibt es ja diverse Strategien, die wir hier auch machen können. Hier blicken wir ja morgens auch immer in das, in die Richtung, wo das Geld auch fließt, weil da die größten Wahrscheinlichkeiten entsprechend sind, dass der Markt da auch weiter in diese Richtung mitlaufen wird. Also das, der Blick in den DAX. So, jetzt schaue ich mal ganz kurz rein, ob wir hier noch Fragen haben. Ich gucke auf GoTo, da sind keine Fragen momentan drinnen. Schaue ich noch auf Facebook, da habe ich momentan auch keine Fragen. Das heißt, an dieser Stelle danke ich wie immer für die Aufmerksamkeit, wünsche allen einen guten Start in den Tag, einen guten, ja, Beginn der neuen Handelssession und wir hören und lesen morgen wieder voneinander. Um 8.30 Uhr gibt es hier natürlich das Live-Webinar, den Blog-Eintrag. Auf Tickmill gibt es eher. Danke für die Zeit und gute Trades. Tschüss.